Hallo Kinder und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Kei zu Mario Part 4 Uah! Ja, ich bin auf Versehen auf die Aufnahme in der Tatstelle gekommen. Das war mein Fehler. Hä? So, ähm... Hier also der Rest von dem Horror-Level hier. So nicht? Yoshi! Oah! Hä? Moment. Okay. Ich wusste jetzt nur nicht, wie ich absprenge. Oah! 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 Das war der erste Streich! Pff! Okay. Oah! 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 So, wenn ich kleiner bin, habe ich auch mehr Chancen, glaube ich. Oah! Nein! So nicht! Oah! 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 Weil über so'n Klempner, alter... Über so'n Klempner, der noch nicht mal ne einfache Ranke hochklettert, da kann man sich doch nur wirklich, äh, auf... ...re...gen. Mach' jetzt schon mit Slowdowns, ey. Aber selbst DAS scheint nicht zu gen... ...genügen. Oah... EEEH! MARIO! Mann, ich würd' eigentlich nur im Frühstück, ey, aber dann kann mir, äh, mir... ...kenn' ich zum Mario in den Weg, ey. Oh Gott. Ne, das war wieder zu... ...oder? Guck'ma. Das muss ruckzuck gehen hier! Und auf Ruchsu kann ich's nicht. Ey, so wie die... ...der liebe Japaner, als ich hier gedacht hat... ...ey, so kann doch kein Mensch spielen, ey! Lieber Japaner, bitte melde dich bei mir und sage mir bitte, wie... ...man... ...das... ...machen soll! ... ... ... ... ... ... So, jetzt kletter hoch Mario, kletter hoch, 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 kletter hoch Äh, da- Auf- Klettere hoch, klettere hoch, klettere hoch, klettere... HOOCH, HOOCH, HOCH, 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 HOCH... . Ups Das war glaubwiche mischön zu langer oder? JA JAPANER Und hStop Alliance Oh Gott! Untap! Eins... Zwei! Mario! Das ist mit dem Spinnchamp! Oh! Noch ein paar... Noch ein paar... Ganz einfach, hab ich keine Lust! Okay, mit dem Spinnchamp ist das glaube ich... Hey! Mario! Oh Gott! Oh Gott! Oops! Um... Oh Gott! So, jetzt aber! Mein Schmack ist Mario! Zereschtet? das machen wir jetzt ganz künstlerisch war okay dabei der kein block im weg okay noch ein bisschen Okay, nur... Okay... Ahhhh... Ahhhh... Yes! Boah, Mario! Hehehehe! Pfff! Nein! Oah! Fucking King Klo... ...Coin Block wieder, ey! Uuuuuh! Pfff! Ey, wer ist das nochmal gepackt? Also, ich schwör! Uuuuuh! Uuuuuh! Ich bin der Christopher! Uuuuuh! Uuuuuh! Oh Gott, das war gut! Mario! Ne, es stimmt mal hier's nicht! Richtig zum Frühgesprung? Richtig zum Frühgesprung? Ahhhh... Ich bin... Du kleiner... ...Japaner... ... 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 Oh Gott! Ja, da war wieder der scheiß Spinn... Ah! Da war wieder der scheiß ähm... Kölnblock im Weg, ey. Jetzt mach ich ganz künstlerisch. Ja, so künstlerlarisch auch wieder nicht. Oh Gott! Oh Gott! Okay, Kölnblock. Achtung, Kölnblock! Den haben wir gepackt, der kleine Japaner. Ja! Nein! Ich glaube, das war ein zuhoher Sprung, oder? Ohohohohohohohohoho! Alter! 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 Pfff! Okay, ähm... Ich mach hier mal nen Save-State. Scheiße! Scheiße! Daneben? Wah! Ey, irgendwas hab ich erst gemacht. Ich weiß nur nicht was. Pff! Moment schon! Noh! Hehehe! Hehehe! Pff! Pff! Jetzt seht ja mal wie schnell das in Wahrheit ist. Oh Gott! hat mir fast zu viel zeit gelassen aus aber normalerweise nicht noch yes ups Oh, ich krieg Unterzucker, weil das, was war das für ein Level-Arter? Oh. Ja, continue and save. Oh Gott. Okay, und damit bis zum nächsten Part. Tschüss.